Und erst einmal ein ganz herzliches Willkommen an unsere Gäste, die zum Teil wirklich von weit her gekommen sind. Und an euch und sie, ich gehe jetzt einfach mal ins informelle Du direkt, ja, an alle, dass ihr heute Abend hier seid. Ich glaube, uns erwartet ein spannender Abend. Der Titel ist ja klar, der hausgemachte Terror von vernetzten Rassekriegerinnen und einsamen Wölfen, Analysen zum internationalen Rechtsterrorismus. Ein ziemlich langer Titel. Ich sage ganz kurz was zum Hintergrund dieser Veranstaltung. Es ist ja allen bekannt hier im Raum, dass der sechste Jahrestag der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds und vor allen Dingen des Öffentlichwerdens davon, dass der nationalsozialistische Untergrund, das NSU-Netzwerk für mindestens zehn Morde, neun davon rassistisch motivierte Morde, drei rassistisch motivierte Sprengstoffanschläge und eine Serie von mindestens 15 Banküberfällen verantwortlich ist. Anlässlich dieses sechsten Jahrestags herbten NSU-Watch, das Netzwerk antifaschistischer Gruppen, Initiativen und Archive, die seit sechs Jahren den NSU-Komplex begleiten mit Analysen und einer wirklich verdienstvollen Dokumentation des Prozessgeschehens in München und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, insbesondere die Fachstelle Neonazismus und rassistische Gewalt, die Fritz Bursche leitet, die Wahl, entweder es gibt noch eine Veranstaltung zu all den offenen Fragen im NSU-Komplex oder es gibt eine Veranstaltung zu einem Aspekt, der oft vergessen wird. Nämlich, dass das Konzept des führerlosen Widerstands, das das NSU-Netzwerk in die Tat umgesetzt hat, wie so viele andere Netzwerke in der Zeit, und das Konzept des sogenannten Race War, Konzepte internationalen, einer internationale von organisierten Neonazis und organisierten Rassisten war und immer noch ist. Und die internationale Vernetzung beginnt weit vor dem NSU-Netzwerk und sie dauert bis heute an, mit unterschiedlichen Akteuren und mit unterschiedlichen ideologischen Schwerpunkten. Sie ist ausdifferenzierter geworden, aber ein roter Faden zieht sich durch diese internationale, der organisierten Rassisten und Rassenkriegerinnen durch. Und das sind die Netzwerke organisierten rassistischen und rechten Terrors. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil wir den Eindruck haben, dass das eine große Leerstelle in der Analyse rechten Terrors ist, mit dem wir, aber eben auch die Gäste auf dem Podium konfrontiert sind. Ich werde die Gäste jetzt kurz vorstellen. Terry Johnson, von euch aus gesehen ganz rechts außen. Sie hat definitiv den weitesten Weg. Executive Director, Geschäftsführerin des Center for New Community in Chicago, neben dem Southern Law Poverty Center im Süden der USA, eine der führenden Recherche und Analyse, Nichtregierungsorganisationen, wenn es um rassistische Bewegungen in den USA geht, seitdem die Trump-Administration in der Regierung ist, völlig überarbeitet oder noch überarbeiteter als vorher. Und wir freuen uns sehr, Terry, dass du trotzdem heute Abend hier bist. Herzlich Willkommen. Applaus Neben Terry Alexander Lutinski, Journalist aus Moskau und schon seit vielen Jahren einer derjenigen, der sich intensiv und zum Teil auch unter persönlichen Gefahren mit rechtsextremer rassistischer Gewalt in organisierter Form in Russland beschäftigt. Seine Recherchen sind in einer Reihe von liberalen Zeitungen erschienen. Einige davon gibt es inzwischen gar nicht mehr. Und Alexander wird ein Schlaglicht auf ein Land werfen, wo rassistischer Terror in einem Ausmaß alltäglich ist, das wir uns noch nicht vorstellen können. Herzlich Willkommen, Alexander. Joanna Maitani ist eine der zentralen Aktivistinnen des Golden Dawn Watch Netzwerks in Griechenland. Sie arbeitet dort auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und die Verbindungen zwischen dem Golden Dawn Watch Netzwerk und dem NSU Watch Netzwerk sind nicht alleine durch den Namen gegeben, sondern erklären sich auch aus der Art und Weise von rassistischem Terror, mit dem Joanna Maitani und die Aktivistinnen seit vielen Jahren konfrontiert sind und mit dem Prozess gegen Golden Dawn, dem das Golden Dawn Watch Netzwerk dankenswerterweise auch auf Englisch dokumentiert. Wie da der Stand ist, darüber wird Joanna uns gleich berichten. Herzlich Willkommen. Und Matthew Collins, der von sich behauptet, er ist schon aus dem Weg raus aus Europa, Research Director von Hope Not Hate, dem britischen antirassistischen und antifaschistischen Netzwerk, dessen Analysen ihr sicherlich in der letzten Zeit gelesen habt, zum Beispiel zu den internationalen Netzwerken der Alt-Right-Bewegung, wer es noch nicht gelesen hat, sollte schleunigst nachholen, die aber auch immer wieder durch wirklich intensive Recherchen zu Terrornetzwerken bekannt geworden sind und über einen der letzten und wirklich spektakulärsten Fälle wird Matthew Collins heute hoffentlich berichten. Herzlich Willkommen. Ihr kennt es ja von internationalen Veranstaltungen, es kann auch echt schwierig sein, vier unterschiedliche Menschen mit wirklich wichtigen Themen zusammenzubinden. Wir versuchen es und die Eingangsfrage richtet sich an Matthew Collins. Es ist die Eingangsfrage, die ich allen vier stellen werde, nämlich, Matthew, könntest du anhand eines Beispiels aktuellen rechten Terrors beschreiben, wie rechter und rassistischer Terror in Großbritannien in den letzten Jahren auffällig geworden ist und wie die Organisationsform ist. Ich bin in Berlin gestern, ich hatte mein scarf und mein hat und ich ging zu einem pub und ich sat da für vier Stunden waiting für den Fußball und ich sagte zu den Barmen, was time sind Sie in der England-Germany-Football-Match? Und er sagte, morgen. Ich war ein Tag early. Anyway, that made sense in English. Okay. I am slightly hamstrung by things I can and cannot say for legal reasons because I could potentially end up in an English prison if I say the wrong things. and the last thing I want to do is learn how to sew or knit. But I will talk about a specific case which I think has quite long-term ramifications and I think it is the beginning of a cycle of terror that may trouble many, many people in the United Kingdom for a few years to come. In January 2015, which is when I started Weight Watchers which is when I started Weight Watchers Do you get that? Obviously I've not been to Weight Watchers, it's not a joke. In January 2015, a young man in a very, very small town in the north of Wales walked into a supermarket, Tesco supermarket. It seems to have stuck in the English psyche that Wales had a Tesco supermarket. It seems to have elevated itself in our social conscience. He walked into a supermarket in Wales with a hammer and a machete with a 30-inch blade. And as he was walking into the supermarket, he saw an Indian man, a Sikh, with a turban. He was very, very obviously a Sikh. And he, as the story goes, he decided that he would try and kill this person. It was not a sporadic event as was originally reported. I can qualify that very few of us in England or Wales walk around with 30-inch machetes and hammers in our pockets when we go to the supermarket. And he saw a man called Sarinder Bambra. I do apologise if I haven't pronounced his name correctly. He was a doctor. He was a junior dentist. And he set about this person with the hammer and then the knife, initially attempting to behead him. Believe it or not, that's very difficult to do, even with a 30-inch machete. But he tried to cave the man's head in. And the dentist, as rightly so, defended himself by putting his arm up. And he hacked and he hacked and he hacked into this 25-year-old doctor's hand. And all the time, as he was doing it, Zach Davis shouted all kinds of nonsense. White power, white power. This one is for Lee Rigby. Do we all know who Lee Rigby was? Lee Rigby was a soldier who was coming back from the shops and he was attacked by two jihadis. He was run over and then beheaded on the street. This one's for Zach Davis. White power, end of, end of. And an off-duty, sorry, a retired soldier, most soldiers in Britain retire at about 32 years old, was shopping in Tesco's and got in the way. And said to Zach Davis, whatever you're doing, you need to stop it now. Stop what you're doing. I'm an ex-soldier. I'm still linked to the military. I have all my badges. You must stop trying to, whatever it is you're doing to this man. And Zach Davis said, oh, an ex-soldier? Brilliant. I'll lay down my weapons for you. I bow to you and your bravery and all these things. And Dr. Sarinder Bambra required five hours surgery and will never work as a dentist ever because he, you know, he no longer can obviously put his hands in your mouth to operate. This attack made national headlines. Part of the narrative of the attack focused very, very much on an Asian man being attacked in the supermarket as a revenge for the murder of Lee Rigby. As you can imagine, when Lee Rigby was murdered, and if you know anything about the way serving or ex-soldiers are lauded and admired in the UK, it was a massive headline. It wasn't even, I don't think, as much as it would be if it was slightly more random or had less excuses to it, it wasn't even a condemnatory reporting. It said quite clearly, an Asian man has been attacked in a supermarket by someone screaming, this is revenge for Lee Rigby. That automatically, the mention of the name Lee Rigby, the soldier who was slain on a street in London, made sure that everybody, absolutely everybody, was interested in it. What was the reason? Quite clearly, those of us who live in the United Kingdom were aware within hours of the murder of Lee Rigby being broadcast almost live but with a slight delay that across the UK, people went out immediately to avenge the murder of Lee Rigby. It took many, many forms. Attacks on mosques, obviously, were the most obvious. Attacks on members of our Muslim community for granted. And also, along the way, Sikh temples were firebombed. Hindu temples were firebombed. And I'll give you an indication, slightly, of why that happened. The mentality behind that is because Dr. Saranda Bambra was not a Muslim. He was a Sikh. He was a Sikh. When Zach Davis was put in prison and charged and eventually the news begins to come out and everyone is very, very interested. Who was this person with the machete and the hammer? A number of stories came out about Zach Davis. He was just a kid who lived on his own with no friends. Second of all, he was 26 years old. Nothing was known about Zach Davis. This will get me in trouble. A week before Zach Davis carried out this attack, the police went to his house because they were aware that he was a slightly troubled individual who had bought a machete and had a hammer and had swastikas, flags in his bedroom. And the police raided his house and they said to him, are you a danger? And he said, no, of course I'm not a danger. It's quite normal and it's freedom of speech. I have a swastika flag on my wall and the police studded it and said, yes, freedom of speech in Britain. You can fly any flag you want. And they looked at his machete, a 30-inch machete, purpose of which holding it, I don't understand. And they left him with it because the last thing you want to do is obviously take someone's swastika flag and a 30-inch machete away from them and deny them their human or civil rights to go about their everyday business. It then transcended, as we knew and as we were aware, not only had the police been to visit him, Zach Davis was, although reported in the paper previously unknown, Zach Davis was actually very, very known. Zach Davis was very, very active on the internet, talking about white jihad because his heroes were Adolf Hitler and his other hero was Jihadi John. As you know, we're very, very proud of our sporting heroes in England. Jihadi John was a guy in ISIS who was beheading people live on television and Zach Davis had stayed at home every night waiting for the latest update from Jihadi John. Davis had tried to grow a beard as had many members of the organization, national action because he believed in jihad and they called it white jihad and they mimicked beards. They even read the Quran and they took out the very, very bits that other people bastardize, the other bits that people corrupt, jihadists corrupt, and copied that as a justification. The reality of it is the attack on this doctor was not really in revenge for Lee Rigby. He was chosen because of his color. He was also chosen because he had something on his head that looked quite alien. And I'm afraid to say most of the times, although in every instance where we have racist attacks against Asian members of the public, it is people who think they're all Muslims. And it came out later in court that not only was Jihadi John an inspiration, his exact comments were, he looked Asian, his religion is totally irrelevant to me. But it made sense to the media to grasp onto these things, to justify it, why it happened. He was just a bloke who was a bit sad. He waited two years, he went to his supermarket, and there he decided to kill a Muslim. Now, I'm not saying that British civil society in any way endorses the murder of the Muslims, but to help it make sense to people without investigating it or understanding it, it's all right because it was in revenge for Lee Rigby. I'm not entirely sure Lee Rigby's mother or wife or children sat at home and said, oh, great, fantastic, we've even lost God. And they continually, continually, continually pushed this line that this was a revenge. And it was only, which I will have to come onto in the second part, it was only really almost as an aside that as well as carrying out this racist attack, as well as misjudging and misunderstanding a religion, that it turned out that also he had a swastika flag on his wall, also he had a machete, also he had weird and strange ideas about society. And also, he may be coincidentally a race hater. And in the second part of this, I will contend that we live in Britain, which those of you who are fans of the Queen and David Beckham may find hard to believe, we have an ignorance of racism and fascism in our country, almost entirely based on the fact that to accommodate racism, fascism, and to some degree, neo-Nazism, we have a government and a society that has swung so far to the right, almost in the belief that it is one way to shut people out, that we do not challenge their beliefs, we do not challenge their hatreds, we almost accommodate them as part of our mainstream narrative. And from this for the kind of organized racist terror that it is where the USA, the US society, but also the minorities and the people who are against right terror so thank you for giving me the hard questions to answer. First let me say how amazed I am that this many people came to have this conversation and how exciting it is to be a part of this conversation and how it's been both humbling and energizing to be a part of a conversation that's gone on for the last couple days about what I think is a pretty important and maybe even the most important conversation we should be having. You know I come from Chicago which is not only the furthest away from here but also one of the most segregated cities in the country. and I come to the work from a very specific place of being the descendant of enslaved people aware of how much the United States does not live up to its definition about who it says it wants to be. and I think we're living through the latest battle about who's going to have value and who's going to have importance in our country and that fight is taking place in every dimension of our society and culture in a place where despite being multicultural since its very beginning we are seeing a reinvigorating I'm sorry reinvigorated horrifying product of a dominant culture media social economic and political structures that teach us indoctrinate us and demand that we overvalue white men who claim to be Christian and are strictly heterosexual maybe and therefore undervalue everybody else in short the people who look like me or the people who may not look like me but don't look like them and no one gets that message more clearly than the white men themselves and we're seeing a redefinition and a reclamation of whiteness and maleness that I haven't seen in most of my lifetime and as a result of that many of these white men are actively involved in a far-right brand of politics that's based on a cocktail of white nationalism xenophobia anti-LGBT anti-Muslim basic misogyny anti-semitism and good old-fashioned racism one extreme of that is the advocates who are blatant about how the policies they want are ugly and racist another dimension of that is a group of people who don't necessarily claim that racism but are okay with the policies and the outcomes and then the third dimension of that is the ones who use that as an excuse for violence or may even come to the movement for the violence and then there's another group of people who may not like the violence but they're willing to live with it and so since 1990 the US far right has killed nearly 450 people 65 people since 9-11 and if we don't even get to the killing space we're seeing a resurgence of all kinds of bias incidents and we can even point to the fact that in the 10 days after our election last year there were nearly 900 different bias incidents some of that was literal violence some of that was online violence some of that was in churches some of that was at schools in fact the vast majority of those were targeted in schools and so we've got a real issue that unfortunately I'm not sure we're dealing with in the best or most dynamic way for the most part we like the UK are in great denial I also have to say that after 8 years of proudly saying President Obama I really have a hard time saying President Trump so if you see the sickened look on my face that's what that is he is partially responsible for the resurgence and the energy not completely responsible but he ran a campaign that was vicious nasty explicitly racist and in fact one of the ugliest again I've ever seen and continues to do so while serving in the Oval Office in addition to that he is surrounded by people who believe exactly the same things and I would even argue probably believe them more because I don't know what he believes but the people who serve him are very clear about their own anti-Muslim definitions their own anti-immigrant and refugee investments their extreme sexism and anti-blackness so we're seeing for the first time in modern history an openness about this stuff that gives other people permission and in many ways we're seeing a state sanctioned racism which is pretty frightening not and I remind you I come from the perspective of a people that has always experienced state sanctioned racism so let me give you one example or explore because it's difficult to try to figure out how the specific groups are working but at this point most people have heard of the unite the right rally that happened in Charlottesville and that is a story about I think where we are as a country so the unite the right rally was the largest white nationalist gathering we've seen since 1987 it was people from all over the country who came to this one spot and the explicit invitation was about let's show the world that we're not just an online phenomenon let's show the world what we look like and who we are and what we're about and how many there are of us and so if you've seen the photographs you've seen the khakis and you've seen the well-pressed shirts and you've seen the tiki torches and they got their permit and they also cloaked their racism in patriotism and free speech so they claimed that this was about free speech and also confederate monuments maybe maybe not they also did the march the night before the one that was photographed was not announced they didn't get a permit for that and they that's the tiki torch march which was all about I think again not just showing the fact that they existed but to show and invoke fear in people the next day when they were confronted with more counter protesters than actual unite the rally members there was the incident where Heather Heyer died she was killed by James Alex Fields who was from Ohio part of that group of people that drove to Virginia to support this movement and he took his car plowed it into a group of people killed Heather and injured a lot of other people whose names we'll never know and in that moment something shifted for us that denial that was so palpable was harder for people to live with because it was clear and live and in living color that there was a problem and people who had never heard or understood about the far rights growth in America could see it and now understood that not only do we have neo-confederates we also had neo-nazis and we had people who weren't afraid to tell you who they are or show you who they are and so for a lot of people this was a shift and you'll see that in the way we talk about it now it's kind of a after Charlottesville who are we after we've seen the capacity for people to murder someone who are we and you're finding a distancing so we have a group of people and one of the things that we target or pay attention to at the Center for New Community is an organized racist movement particularly those who are anti-Muslim anti-immigrant anti-refugee and what we saw after Charlottesville is despite the fact that they have close relationships with neo-nazis they all distanced themselves from the neo-nazis so it was clear that you can be hateful you just can't be a nazi so that's a dimension of what we're seeing the other thing we're seeing is this merger of issues and so people are picking and choosing how they're going to talk to each other what we're seeing is people who used to be explicitly anti-semitic are now using Islamophobia and anti-Muslim rhetoric to connect to people we're also seeing that the people who are connecting online are the larger part of this movement and so after the backlash you're seeing pieces of the movement kind of fall apart because they aren't as committed to the issue they aren't as connected to one another and I'm not saying that to suggest that anything about this far-right movement is over or that this tension or this backlash has killed them but they are taking a step back because the other reality which I think is probably the thing that gives me the most hope is that in all of these instances the number of people who protested on our issue far outweighed the number of people from the far-right so they were surrounded by tens of thousands of people who said absolutely not this is not who we are and this is not who we're going to be thank you thank you thank you thank you thank you thank you the question of the feind and the Der Opfer rassistischer, organisierter Rassisten und Neonazis ist ja tatsächlich auch ein Aspekt der internationalen Perspektive. Und Alexander, wenn du ein Beispiel für organisierte neonazistische Gewalt in Russland beschreiben könntest, dann kannst du sicherlich auch beschreiben, wer die Hauptopfergruppen sind, die davon betroffen sind. Und schon jetzt herzlichen Dank an Ivo Georgiev, der für Alexander aus dem russischen ins deutsche übersetzen wird. Und sowieso ein Dank an die Übersetzerin. Mir fällt es etwas schwer, ein Beispiel für Nazi-Gewalt zu nennen, weil ich mich schon so lange damit beschäftigt habe. Und ich kann eine Reihe schrecklicher Beispiele jetzt anführen. Okay. Aber aus solchen Dingen, die mich sehr lange erinnern, waren, zum Beispiel die Gruppe »Belые Wolken«, die состоit war von Lehrkräften. Das war, glaube ich, etwa 8 Jahre vorhin. Ich erinnere mich zum Beispiel aus meiner journalistischen Recherchearbeit, vor 8 Jahren gab es ein Prozess, ein Verfahren gegen eine Gruppe Gymnasiasten, die sich »Weiße Wölfe« nannten in Russland. Aber in einem von einem Episoden der Arbeit haben sie nur die Arbeitskräfte aus dem Kavkaz oder der Sredner Asien, die typische Beispiele dieser Beispiele. Diese Gang, diese Gruppe von Gymnasiasten, haben sich als Ziel genommen, Arbeiter aus Zentralasiatischen Republiken, ehemalige Sowjetrepubliken. Es gibt in Russland sehr viele Gastarbeiter aus diesen vorwiegend muslimischen Republiken. Dieser Mann, der, glaube ich, kam Kephir in den магазin zu kaufen. Er kam aus der Seite, arbeitete den ganzen Tag und kam Kephir in den магазin. Und er wurde dann angegriffen von circa zehn Mitgliedern dieser Gruppe. Sie haben ihn grausam zusammengeschlagen. Nachdem sie ihn zusammengeschlagen haben, haben sie gemerkt, dass in bequemer Nähe zum Tatsache, dort ein Schlagstock liegt, ein Knüppel. Und damit haben sie ihm den Kopf komplett zerschlagen. Das alles haben sie auf ihrem Handy aufgenommen. Und am nächsten Tag in der Schule haben sie mit dem Video auch angegeben. Und soweit ich mich erinnere, sie hatten sechs oder sieben solche Filme, Videos auf ihren Handys. Also das sind Taten, die sie auch begangen haben, aber konnten nicht zur Verantwortung gezogen werden für diese Fälle. Ein anderes Beispiel aus dieser Reihe ist das Gerichtsverfahren gegen die sogenannte nationalsozialistische Gesellschaft. Es handelt sich um ein ganzes Netzwerk von einer großen Gruppe von Menschen. Denen hat man nach 28 Morde nachgewiesen. Vermutet wird, dass sie auch noch mehr begangen haben als diese 28. Das Verfahren war vor ungefähr fünf Jahren. Das war eine sehr undurchsichtige Geschichte. Wurde auch darüber berichtet in der Presse? Die Geschichte war sehr komplex und schwierig zu durchschauen. Es gab auch nicht so viele konkrete Informationen bei diesem Prozess. Aber immerhin gab es genug Anlasspunkte für die Vermutung, dass diese Morde auch mit Mafia verbunden haben und auch mit einer Beteiligung der Geheimdienste in Russland. Aber insofern waren die Menschen, die nur 18 Jahre alt wurden. Ich glaube, es war für sie fatal, dass sie fünf Verletzungen in Russland bekommen. Die Morde wurden begangen von volljährigen Menschen und die haben fünfmal lebenslänglich bekommen, die Täter. Ja, denn in Russland, wenn man unter 18 ist, kann man für die Höhe von 18, dann haben sie zehn Jahre bekommen, wenn man volljährig ist, dann lebenslänglich. Aber ja, es gab natürlich auch noch einen riesigen Aspekt dieser Situation, dass aus diesen fünf Verletzungen waren, das waren die Menschen, denen alle insgesamt 18 Jahre alt waren, und aus diesen fünf Verletzungen waren drei Kinder, die in der Familie nur ein Kind, ein Kind, ein Kind. Ja, und von diesen fünf Verurteilten hat man herausgefunden, dass drei Einzelkinder waren in der Familie. Wobei das jetzt kein entscheidender Merkmal sein kann und auch kein mildernder Umstand. Ja, aber... Ja, okay. Es war ein Buch, aber mir war ein sehr vieles Material, aber mir als Journalist finde ich, dass es ziemlich viele Materialien aus dem Weg gab, und deswegen waren sie meistens jetzt publikowаны. Jetzt? Ja, sie haben sie jetzt publikowаны, jetzt war es aber nicht publikowаны, aber es war ein Buch, weil sie ziemlich случайно kamen. Also das Gerichtsverfahren war geschlossen, aber mir ist es gelungen, mehr Material zu bekommen zu diesem Verfahren. Und jetzt erst, also fünf Jahre nach diesem Prozess, fange ich an, darüber zu publizieren, zu schreiben. Also das Muster dieser Morde war folgendes. Sie sind in den Randvierteln von Moskau gezogen, die Gruppe, und haben sich dann Menschen ausgesucht, die wie Kaukasier, also Menschen aus dem Kaukasus oder aus Zentralasien aussahen. Und haben diese Menschen dann verfolgt und mit Messern angegriffen und zusammengeschlagen, getötet. Und in mindestens drei dieser zahlreichen Fälle hat man herausgefunden, dass die Opfer eigentlich Russen sind. Also keine Ausländer kaukasischer Herkunft oder Zentralasien, sondern Russen, die wurden aber versehentlich im Dunkelheit für solche gehalten, also für Ausländer. Und dann, ja, da waren wir ja auch historien, dass sie ja gesehen haben, dass sie wie eine Art, in der Protokoll angeboten ist, also es ging. Also in einem Falle gab es, also war das ein Mensch mit russischen Familiennamen, Buchhalter, der kurz davor Urlaub in Ägypten gemacht hat und hatte einfach eine dunklere Hautfarbe. Aber an diesem Abend war er in einer dunklen Straße in Moskau und hat zehn schweren Messerverletzungen bekommen. Und das ist, glaube ich, ungefähr ein Jahrzehnte 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 ein Jahrzehnte. Und vor einem Monat gab es dann das Ende eines Prozesses gegen auch einen nicht volljährigen Menschen. Das war auch eine Gruppe, also kein Einzelfall, sondern eine Gruppe. Aber es war auch eine kleine Gruppe von jungen Menschen, aber sie waren tatsächlich nicht volljährige, die ungefähr 20 Jahre alt waren. Aber es war eine kleine Gruppe, es waren vier oder fünf Menschen und ungefähr 20 Jahre. eine Gruppe, also zwischen 18 und 25 Jahre alten Menschen, die auch in diesem Sinne ausländerfeindliche Übergriffe gemacht haben. Sie, genauso wie die, die ich schon erwähnt habe, verstehen sich als Nazisten, als Nazi, die nur, sie haben sich als Opfer arme Menschen auf der Straße, homeless people ausgesucht. Aber sie waren nicht volljährige, sondern einfach nur pfällige Menschen. Und betrunken. Und dort hat sich nur ein Fälle ein – das ist, dass sie 180 auf жив Mindest. Noch mal. In einem dieser Fälle der betrunkenen Opfer hat ein Opfer 180 Verletzungen bekommen. 180 Mal wurde er durch Messerstiche verletzt. Man kann so viele Folgen erzählen. Darüber konnte ich wirklich einen ganzen Abend füllen mit Geschichten dieser Art. In den allermeisten Fällen handelt es um kleine Gruppen. Die auch nicht unbedingt miteinander vernetzt sind oder organisiert sind. Aber sie stecken sich an im Internet und ziehen los durch die Straßen. Ja. 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 rassistischen Mordserien, die ja wirklich über einen langen Zeitraum auch möglich waren, ohne dass sie gestoppt wurden, ohne dass eingegriffen wurde und die ja auch wirklich Angst und Schrecken unter den migrantischen Wanderarbeiterinnen, Zugewanderten verbreiten bis heute. Und das ist etwas, diese Botschaft der Rassisten, die ja auch Teil von Golden Dawn ist, nämlich die betroffenen Communities dieser rassistischen Gewalt als Communities zu treffen und die einzelnen Opfer als Symbolopfer auszuwählen. Und Johanna, vielleicht kannst du in deiner Beschreibung der Art und Weise, wie der Terror von Golden Dawn sich jetzt nach zweieinhalb Jahren Prozess zeigt, auch darauf eingehen, was das politische Ziel war mit dieser Art von Terror. Ja, erstmal danke für die Einladung. Es war und es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass der Raum so voll ist und auch, dass, ich muss das mal sagen, dass das Durchschnittsalter relativ niedrig ist. Es geht uns auch darum, internationale Aufmerksamkeit nach Griechenland zu ziehen, weil es läuft jetzt seit zweieinhalb Jahren der Prozess gegen Golden Dawn und wir erwarten, dass er zu Ende geht gegen Ende von 2018, also in einem Jahr oder Anfang 2019. Und die internationale Aufmerksamkeit brauchen wir auf jeden Fall, um einen indirekten Druck auf das Gericht zu bauen, sodass wir das erwartete Ergebnis haben. So, im Gegensatz zu Alexander fällt es mir nicht schwer, Beispiele zu nennen von rechtsextremem Terror. Wir haben nur eine Nazi-Vereinigung in Griechenland, das ist Golden Dawn. Die hat, also die dominiert in der rechten Szene und die übt Terror auf der Straße seit jetzt 35 Jahren. So, ich muss auch sagen, ich sage hier Golden Dawn, eigentlich auf Deutsch heißt das Goldene Morgenröte. Ich hatte eine Zusammenarbeit neulich mit einem deutschen Schauspieler in Athen und er hat dagegen protestiert, dass wir das Goldene Morgenröte nennen, weil er hat gesagt, Morgenröte hat etwas Positives, hat eine schöne Konnotation. Wir sollten das eigentlich Goldenes Morgengrauen nennen. Entschuldigung für die Übersetzer, das ist nicht so leicht zu übersetzen. So, ja, Golden Dawn, ich gehe davon aus, dass ihr schon etwas über Golden Dawn wisst, also dass es eine Basis, dass Basiskenntnisse da sind. Ich will betonen, dass Golden Dawn drei Besonderheiten hat im Vergleich zu anderen Terrororganisationen in anderen Ländern. Dann, erstens gehen sie offen mit Nazi-Symbole um, das ist nicht verboten in Griechenland. Die sind pure Nazis, die sind nicht Neonazis, Faschisten oder Identitären oder was weiß ich. Die sind Hitler-Verräder. Die haben eine sehr strikte und militärische Struktur in der Vereinigung. Der Anführer oder einfach Führer, Michael Olyakos, hat die totale Macht. Der ist unumstritten, der ist da für immer. Der hat die volle Kontrolle und nichts geschieht ohne seine Genehmigung. Und für eine solche Organisation ist eigentlich politisches Ziel, politisches Mittel und politische Aktion die Gewalt. Und daran erinnern sie uns immer wieder. Und auch nach der Verfolgung und nachdem der Prozess läuft, können sie sich irgendwie nicht zurückhalten. Die greifen immer wieder Leute, also Migranten ganz gerne an, obwohl die Angriffe auf der Straße zurückgegangen sind nach dem Prozess. Die zweite Besonderheit dieser Vereinigung ist, dass sie gleichzeitig sich als eine politische Partei getarnt hat. Und unter diesem Mantel der politischen Partei sind sie im Parlament vertreten. Also seit 2012 sitzen sie im Parlament mit 6,9 Prozent. Dieses Prozent hat sich konsolidiert nach vier Mal Nationalwahlen. Also das erste Mal war 2012, die nächste Wahl kurz danach und dann in 2015 noch zweimal Nationalwahl. Und sie haben immer dasselbe Prozent, 6,9 Prozent. Über die Gründe können wir vielleicht später sprechen. Die dritte Besonderheit ist glücklicherweise, dass diese Vereinigung vor Gericht steht. Das hätte eigentlich viel früher passieren müssen, ist aber erst, also die ersten Festnahmen und die Strafverfolgung ist erst in 2013 geschehen. Nach dem Mord an Pavlos Fissas, der war ein griechischer Musiker, Hip-Hop-Musiker und ein Symbolopfer, wie Heike gesagt hat. Über den Prozess, obwohl wir als Organisation Golden Watch dem Prozess folgen und darüber berichten, werde ich hier nicht viel sagen, wir können danach in der Diskussion vielleicht vertiefen. Es gibt da draußen auf einem Tisch, gibt es zwei Materialien über den Prozess. Eine Broschüre oder ein kleines Buch, auf Englisch, das heißt Golden Dawn on Trial. Ich denke, das ist der englische Titel. Und auch ein Flyer mit einer Übersicht über den Prozess. Also nur eine Sache zu klären, es geht nicht um ein Verbotsverfahren gegen Golden Dawn. Es ist ein Prozess, wo sie als kriminelle Vereinigung angeklagt werden. Und es sind vier Fälle zusammengebracht vor Gericht, drei terroristische Angriffe. Eine davon ist der Mord an Pavlos Fissas und der vierte Fall ist die kriminelle Vereinigung. Golden Dawn ist sehr strikt organisiert und hat Sturmtruppen als ihre Basis. Diese Sturmtruppen sind die wichtigsten Träger der Aktion der Vereinigung auf der Straße. Zielgruppen sind Migranten, Flüchtlinge, Mitglieder der LGBTQ Community, Linke, Anarchisten, Gewerkschaftler. Sie operieren ganz offen, also sie tauchen auf in organisierten Gruppen. Meistens tragen sie dabei T-Shirts, wo drauf Golden Dawn steht. Sie vermummen sich nicht. Und ihre Strategie ist nicht Hit and Go. Also die machen lange Angriffe und rufen auch oft dabei Nazi-Parolen. Die Angriffe sind gut vorbereitet, die sind gezielt und die werden sehr diszipliniert ausgeführt. Charakteristisch dafür ist, dass einer immer das Ende der Aktion bestimmt mit dem Satz Jetzt ist Schluss. Time is up. Soll ich vielleicht die zwei Fälle nur kurz nennen, wofür sie vor Gericht stehen? Genau. Und dann, okay, genau. So, der eine Fall ist der Mord an Pavlos Fissers. Der zweite ist der brutale Angriff an einem ausländischen Fischer. Sie haben ihn verprügelt und der lag, ich weiß nicht wie viele Monate, im Krankenhaus. Und der dritte Fall ist ein Angriff auf eine Gruppe von Gewerkschaftlern der kommunistischen Partei, die gerade Postes aufgeklebt haben. So, ich mache hier einen Schluss erstmal und dann. Interessanterweise sind in allen vier Berichten es ein Moment, was sich durchzieht, neben dem Rassismus, der die Wahl der Opfer kennzeichnet, ist es das offene Auftreten der Täter bei der Ausübung der tödlichen rassistischen Gewalt, was sie tatsächlich unterscheidet von der Art und Weise, wie das Netzwerk des NSU vorgegangen ist. Matthew, du bist der Erste, den ich in dieser zweiten Runde nach der staatlichen Reaktion, nach Repression, aber auch nach der gesellschaftlichen Reaktion auf dein Beispiel rassistischen Terrors fragen will. Okay, um, I think in the last two days this came up a number of times about, and um, this has been mentioned by all of the speakers, that there's national characteristics in any kind of disbehavior, that the victims remain the same, the choices remain the same. We, those of you who know and have met English people, you will know that we have a tradition of what you might describe as recreational violence and racism. And, um, this tends to be on occasions endorsed by our national press, particularly if it's in somebody else's country, those of you that have seen English football fans, for instance, travelling around Europe. I think I touched on before about how somehow it was so very, very important to justify the actions of, of Zach Davis. And it was almost more important that people were aware that Zach Davis said, he didn't choose because he didn't care as it came out, but that Zach Davis had described his victim as a Muslim and therefore it was a payback for the murder of the soldier, Lee Rigby. And when it came out in court and thereafter, that actually Davis, as most racists don't, didn't really care if he was a Muslim, Sikh, or Hindu, or Christian, or Jewish. He saw a brown skin. And in fact, most Asians in Britain, you may be aware we have a colonial past in Britain. And so we have a lot of people who have the right to domicile there or the right to live there, and a lot of them have brown faces. And the vernacular or the language that was used to describe people from India has always been Paki, which is bizarre because they weren't from Pakistan, they were from India. And then they divided the country up and had Pakistan and Bangladesh. And I remember an interview with a racist attacker, and I said, why do you keep referring to this particular person from India as a Paki? And he said, well, you can't shout out Oi Indian when you're drinking. We have a very, very, in British society, recreational view to violence. And I think traditionally, we've had quite a recreational attitude to, he was only racist when he was drunk. He was only racist for a couple of hours. He went back in the morning and he was a tremendous human being. And having watched in the last, I think the last two years, 230 far-right activists go to prison, every single one of them as a mitigating excuse, or in mitigation said, I was drunk at the time, Your Honor. And the response from our judicial system was, that is a mitigating factor. Generally, when sober, racists aren't violent. So our society struggled very much, I don't think as much with the crime, because unfortunately it tends to be quite common that English people attack each other with hammers and knives, particularly when the football is on. It tended to be with the racial element. And there were a number of cases we saw in the mainstream media where they said, do they have to keep banging on that he had a swastika on his flag? It's like he had a swastika flag on his wall. And so some people just taut. And it's one of the things that we have spoken about in the last two days. The way that we in Britain dealt with the electoral rise of the extreme far right, which was between 2006 to 2010, was to sort of ignore it. Obviously I didn't, but general society ignore it, then celebrate it, and then destroy it with very great platitudes and conflating language. And almost, you know, the press responded to a rise in the far right with its own version of extremism, which wasn't particularly helpful. It didn't lay any foundations down that we could ever conquer the rise of racism or the extreme right. But the long-term reaction to the rise of the far right was that society chose a slightly more palatable form of racism that to keep the British National Party, which most of you will probably not have heard of, but was linked to your NPD and still is linked to your NPD, was to promote an alternative political party whose sole politics was that Britain must withdraw from the EU. And so instead of the British National Party's all blacks must go home, all Jews are to blame, they promoted a political party that said Britain must leave the EU before all blacks go home. And it was quite successful. In a country like ours where very, very few people engaged with the political process at the general election before last, they got four million votes that put them... Is that what we're going for a drink after? She showed me the map where the pub is. We promoted an acceptable form of racism, one that encompassed the fact that we are a country that does recreational violence and recreational racism, but actually we're all right because we have a great colonial past and it kept people that are potentially quite criminal and challenging in their place. And I will just finish, I know you're desperate to get to the pub as well, comrade. We now have a situation in Britain where our civil society is so large it will allow anybody into it. We now have a culture which I blame predominantly on social media where people can say whatever they want, whatever they want, to the point where now people think, oh, well, that's freedom of speech to say that about black people. Well, he's entitled to say that about Muslims because it's not racist, they're a religion. and I think it has boiled down so much that some of our political commentators in Britain are people who are quite openly saying Muslims need to go home. And your response is, they can't go back to Birmingham, they're already living Birmingham. And they say, no, back where they belong, back where Islam started. And that is not frowned at. We almost encourage that. And the result has been that our extreme far right says it can no longer have political currency, it can no longer engage politically because the result is mainstream and civil society has endorsed and swallowed some of the more palatable aspects of their racism and their extreme nationalism. But that seems to be the currency by which people in Britain talk to each other and it is horrifying. And I will just finish up with some examples. I know in Britain, if you talk to young people, people that we've always encouraged, particularly in Britain where we have a very disturbing media, we've always encouraged them, question everything, don't believe everything in the paper. We have a situation now where there are large chunks of people who will believe nothing, not even the time or the weather, unless it's been on YouTube first. and you know this battle that we're having now with YouTube, Twitter and Facebook and it is true. The anti-9-11 videos, the conspiracy theories are more believable than the truth. And it is not unusual now for children to deny the Holocaust for no other reason than, yeah, you can't prove it happened. It's not on YouTube. I can't watch the Holocaust on YouTube. I watched 9-11. It does not look convincing. I have seen better planes crashing on television. And it's amusing because these young millennial kids, very, very good, and they questioned everything to the point where we are going to have a huge issue about just explaining actually where we can deliver the truth and truth that matters and where it will be where we come in about what we believe about what is right and wrong before suddenly our history of fighting racism, fighting fascism becomes, as it was discussed last week in the European Parliament, that anti-fascism is almost a myth that it never happened. And that's true. Thank you. Vielen Dank, Matthew. Terry, an dich die Frage. Matthew hat eine Normalisierung rassistischer Diskurse beschrieben und die Frage ist, wie wirkt sich diese Normalisierung rechter und rassistischer Diskurse in den USA auf die staatliche Reaktion und Repression gegen die extreme Rechte aus? Gibt es das überhaupt? Und ich bin sicher, dass du, ich weiß, dass du ein Beispiel mitgebracht hast. So, we are also a culture of recreational violence, a culture of recreational racism, and we have a gun culture to add to that reality. So, the reaction of the state is multilayered like everything else, and it's been really interesting. I think that we're only beginning to even have a conversation about a far right and what it means to us. In the context of how the state has reacted, I did say earlier that we have a president who essentially is the commander of state-sanctioned racism, and he's made it okay. In addition to that, he has a link to, and the nation has a link to, a law enforcement structure and system that is part of maintaining that hierarchy, that racial hierarchy. And we see that in all kinds of examples, and recently, you're seeing it in the way they're reacting to the protests, for example. So, I'll show you a clip of how they reacted. So, this is in April, previous to Charlottesville. This is in Oakland, which is the bastion of liberal free speech. This is their third protest in the year. All of them ended up in violence. And the reporter, who is talking to the brilliant and amazing Amy Goodman of Democracy Now!, filmed the police officer's reaction while this fighting was happening. officers on duty during the protest. They're hanging back. That would be a good question for the chief of police. I mean, I've been seeing the cops around, people just like, beating the shit out of each other. This is a public statement, right? No, I'm just asking you guys. I mean, you're here. I would defer you to our public information officer. So, they told you to hang back? As I said, I defer you to our public information officer. What's your next question? I mean, I'm just wondering why I've been watching all day. People get, you know, beat up pretty bad. I haven't seen you guys around much. Okay. And? How you guys been hanging back today, huh? What's that? You guys been hanging back today. Doing our job. What's your job? I mean, there's been people brawling all day long and being around. Significance of this videotape. What's your job? Shane, can you talk about the significance of this videotape? Yeah, I mean, I've never seen anything like this in the Bay Area. I've never seen anything this violent. People are getting constantly bloodied throughout the day. And the police are essentially absent for most of the day. You know, the police were there in the beginning kind of pulling people out of fights and then were just hanging back, which I think really surprised a lot of people. I want to go to another video you posted on your Twitter account. In this clip, we hear... So, the body language is powerful. The fact that they are not at all stressed about any of this. The fact that they are comfortable being filmed and saying what they're saying and the idea that if you want a public statement, you need to take it up with the chief, right? And so there's an arrogance and an attitude that permeates the relationship between law enforcement and what is going on around them. In addition to that, we've seen examples of law enforcement taking that strategy, but also law enforcement actively engaging in support of the right and the violence. And so in Huntington Beach, which if you've ever been there, is pretty low-key, pretty high-class in California, the police were allowing the far-right aspect, the far-right side of the protest to take the left activist, the counter-protest, to the police. So literally, the far-right was intervening and taking people that they identified as part of the problem away and dealing with the police. What you saw in Charlottesville was the same thing, where you had people talking about the fact that the only way that they were safe and alive was because the Antifa got in the way, that the police did absolutely nothing. So you've got that part of the dimension. Then you've got another reality where you've got, again, in the state-sanctioned Trump era, a man who equivocated or equalized two sides of the same issue, right, or what he thinks is the same issue. His infamous quote about good people being on both sides. So you've got peaceful protesters who were vilified and you've got violent protesters who were raised up to this sensibility or this place of being good. And in addition to making everyone's head explode, it does this weird thing where it's okay to be this way. And in America, we've always had police officers who were part of the state-sanctioned racism. So slave patrols, which is the predecessor of police departments, were always there to make sure that certain people stayed in line and other people were allowed to thrive. We see, in terms of our larger federal law enforcement spaces, another disconnect, which is, one, it's the Department of Justice is being led by Jeffrey Beauregard, I'm sorry, Jefferson Beauregard Sessions, who is a father or let's say the son of the Confederacy, who is blatantly anti-Muslim, anti-black, anti-refugee, anti-immigrant, anti-woman. He's a very scary guy. And everything they're doing is all about making sure that that hierarchy is maintained. So if you are an immigrant, if you are a refugee, if you are Muslim, if you are black, if you are brown, if you are an activist, you are being hyper-surveilled. To the extent that the new discussion at the FBI is about a black extremist identity where, much like COINTELPRO of the 60s and the 50s, black activists are being hyper-targeted. So, there's this hostility from the Department of Justice for a group of people or several groups of people. Anything that's, anybody who's trying to make sure that the white status quo is not preserved. So you've got that dimension. In addition to that, you've got local, much like those folk up there, jurisdictions who are explicitly and outwardly supporting the far right. The FBI, again, very problematic, but has found that lots of the police officers that are in these jurisdictions are actually members of neo-Nazi groups, members of far-right groups. Many of them have come back from the military and are equally as violent. And so, you've got people within the ranks of these places that are supposed to be protecting and serving, advancing that same kind of energy that says one group of people has value and everybody else is potentially going to get hurt and they don't care. Yeah, thank you, Terry. That Stichwort Polizisten as a part of organized rassist and neo-Nazi Gruppen führt uns ja auch nach Russland und zu der Frage Alexander, wie würdest du die generelle Linie von der russischen Justiz und den Geheimdiensten in Bezug auf diese organisierten Neo-Nazi Gruppen, die diese Mordserien verüben, beschreiben? Gibt es eine generelle Linie oder variiert es von Fall zu Fall? Ist die Antwort des russischen Staates in den letzten Jahren eher Repression gewesen oder täuschtes? Das ist ein sehr 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 Jahr zu Jahr und das ist ist aber es ist mit dem Rassismus und mit von 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 Hed und es ist in 90 und es ist das Es ist eine sehr komplizierte Frage. Ich kann jetzt schwer eine Linie sehen. Es ändert sich sogar von Jahr zu Jahr die Art, wie die staatlichen Organe und auch die Justiz darauf reagiert. Und auch deswegen, weil diese Phänomene nicht so einheitlich sind. Das ist auch deswegen kompliziert, weil eine rassistische Motivation, die rassistisch motivierte Bewegung, rechte Bewegung erschien in Russland, hat sich gegründet in den 90er Jahren und seitdem gab es verschiedene Entwicklungen innerhalb dieses Rassismus in Russland. Es gibt in einzelnen Fällen, wo es nachgewiesen wurde, dass Polizisten sich beteiligt haben, bei den Aktivitäten der Gruppe Combat 18 und einer sogenannten Partisanenbewegung in Orlov. In Orlov, das ist eine Stadt in Zentralrussland. Ja. In diesem Fall gab es dann eine ganze Gruppe... Von recht extremen Mitgliedern von Combat 18 in Russland, wo der Anführer ein Hochschullehrer war in einer Akademie für Ausbildung von Sicherheitskräften. Und die Hälfte der Mitglieder waren seine Studierenden in dieser Gruppe. Aber in Prinzip sind sie alle jetzt sitzen, weil sie die Anführer haben. Und sie sind auf die Anführer, und deswegen sind sie alle sitzen. Es handelt sich um einen Vorgang im Jahr 2011. Die sind jetzt alle verurteilt und sind im Gefängnis. Sie haben Bomben gelegt und haben dann Terror gemacht. Aber ich habe sehr viel Zeit auf den Neonazismus in Russland. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie gefunden, eine plötige Strategie der Regierung zu kontrollieren, zu kollaborieren mit den Neonazismus. Aber eine einheitliche, klare Linie der Kollaboration der staatlichen Organe mit diesen Neonazi-Bewegungen und Terrorgruppen konnte ich nicht feststellen. Es gibt solche Fälle von Involvierung von Menschen aus dem Sicherheitsapparat. Aber ich kann nicht sagen, dass es eine Strategie ist des Staates. Dafür gibt es auch zu viele Gegenfälle, wo es tatsächlich die Strafverfolgung auch funktioniert hat. Das sind für mich, das, was ich erzählt habe in Aureol, diese Gruppe aus dieser Hochschule, das ist eher eine Ausnahme. Also es sind wenige Fälle für eine solche klare Verwicklung. Also das Besondere an der Entwicklung der Nazi-Bewegung in Russland ist, dass in den 90ern diese Bewegung begann als Nachahmung, als purem Kopieren von Mustern aus dem Westen. Das war so eine Art Subkultur und existierte, also neben auch anderen Subkulturen, wie Rapmusik, so entstand auch Nazi-Rockmusik. und diese Nazi-Bewegung in Russland als Subkultur. Und dann, in den 90ern, als es einigermaßen diese Bewegung eine Massenbewegung war, dann gab es aber nicht so viele Morde, sondern vielmehr wurden die Menschen einfach nur verprügelt, aber nicht getötet. In den 0 Jahren hat sich diese Subkultur etwas reduziert und... Und, соответственно, in speziellen Russischen politischen условniensten diese Subkulturen nicht realistischer Möglichkeit zu formieren eine politische Partie, wie BNP, eine Alternative für Deutschland oder so etwas. Und in den spezifischen politischen Bedingungen in Russland konnte diese Subkultur jetzt keine parteipolitische Vertretung gründen, so wie in Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern, wie die AfD oder andere oder MPT. Und hat sich dann ausgedrückt in dieser Art von Straßenterror, den ich schon beschrieben habe. Ja. 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 drei, vier Jahren und es sitzen sehr viele von diesen Menschen in Gefängnissen. Es entsteht für mich den Eindruck, dass es eher um eine Pause geht und die ganze Bewegung strukturiert sich jetzt neu. Insofern ist das immer noch eine offene Frage, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die Intensität etwas gesunken ist in den letzten drei, vier Jahren. Ja, herzlichen Dank, Alexander. Johanna, Alexander hat das Stichwort Polizisten als Teil der Strukturen oder gar als Anführer der Strukturen erwähnt, auch wenn er gesagt hat, dass es in Russland eher eine Ausnahme gewesen sei. Wie ist das bei Golden Dawn? Wie ist das Verhältnis von Golden Dawn zur Repression und wie war oder zur Strafverfolgungsbehörden und wie würdest du die staatlichen Reaktionen beschreiben? So, die Reaktion des Staates kam in Griechenland unentschuldbar spät. Es musste ein griechischer Musiker getötet werden, damit der Staat endlich auf die Herausforderungen der Golden Dawn reagiert hat. Golden Dawn, also ich habe vorhin nur vier Fälle erwähnt, die jetzt in diesem Gerichtsverfahren behandelt werden, aber Golden Dawn hat viele, sehr viele Angriffe gemacht und auch noch einen Mord geübt gegen den Pakistani Arbeiter Sachsad Lukman im Januar 2013, das heißt vor dem Mord an Pavlos Fissas. Also die Beweisen waren schon da, der Staat hätte viel früher reagieren sollen, aber er hat nur dann reagiert, als die Stimmung in der Gesellschaft echt gekippt wurde durch den Mord an Pavlos Fissas. Das war für Golden Dawn ein Symbolopfer, aber auch dann für die griechische Gesellschaft ein Symbolopfer, weil da hat die Gesellschaft irgendwie begriffen, dass Golden Dawn eine rote Linie überquert hatte und sozusagen einen von uns getötet hat. Ich will jetzt in keine Konkurrenz eingehen, wer die schlimmste Polizei hat, aber ja, die Situation in Griechenland ist echt schlimm. Die Verwicklung von der Polizei und Golden Dawn ist echt eng. Hochrangige Polizeibeamten sind gleichzeitig Mitglieder von Golden Dawn. Wir hatten, also das alles ist vor den Strafverfolgungen, wir hatten zum Teil Polizeiwachen, die als Büros von Golden Dawn betrieben wurden und die Polizei ist für rechtsextreme Ansichten eine sehr freundliche Umgebung. Es kam also wie natürlich, dass Polizeibeamten sowohl niedrigere als auch hochrangig sich der Golden Dawn angeschlossen haben und umgekehrt Golden Dawn Anhänger und Mitglieder fanden in der Polizei nicht nur Akzeptanz, sondern auch Zuflucht, wenn nötig. Ich will kurz zwei Beispiele dazu geben, also für die Verwicklung von Golden Dawn und Polizei und ein Beweis. Der Beweis ist, dass in allen Nationalwahlen der letzten Zeit haben wir gesehen, dass in der Polizei Golden Dawn von 40 bis 60 Prozent gekriegt hat. Und das haben wir gesehen, weil es gibt spezielle Wahllokalen für die Spezialeinheiten der Polizei. In diesen Wahllokalen hat Golden Dawn 40 bis 60 Prozent gekriegt. Die zwei Beispiele werde ich mit Worten von den Nazis selber nennen. Nach den ersten Verhaftungen, nach dem Mord an Pavlos Spießers, hat ein hochrangiges Mitglied von Golden Dawn gesagt, sie mussten das halbe Polizeiapparat abbauen, um uns zu verhaften. Das stimmt nicht ganz, also nicht das halbe Polizeiapparat, aber es sind tatsächlich ein paar Köpfe gefallen, also ein paar hochrangige Polizisten mussten von ihren Posten entfernt werden, damit die Mitglieder von Golden Dawn in dieser der Gegend oder in diesem Stadtteil tatsächlich verhaftet werden konnten. Das zweite Beispiel ist ein Zitat von dem Mörder von Pavlos Fisus, der an der Stelle verhaftet wurde. Und sie haben ihn dann ins Polizeiauto gebracht. Als er da saß, hat er zu den Polizisten gesagt, ich bin einer von euch. Ja, herzlichen Dank an euch alle auf dem Podium. Nach diesen zwei Runden auf dem Podium, die uns glaube ich wirklich in sehr großen Dichte die Kontinuitätslinien und die parallelen Stränge, aber auch die Unterschiede deutlich gemacht haben, rassistischen, organisierten Terrors und staatlicher Reaktion darauf, habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen an die Gäste auf dem Podium. Es wird, also wir würden immer drei Fragen bündeln. Ihr müsst ein Mikrofon nehmen, damit die Übersetzerinnen übersetzen können. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele Menschen nach ein Dreiviertelstunden immer noch da sind. Gucken wir mal, wie viele Fragen da sind. Und genau. Wir wollen halt nicht, dass es irgendwann so ausplätschert, sondern machen dann lieber nochmal eine Schlussrunde und dann habt ihr Gelegenheit, mit Einzelnen auf dem Podium auch weiter zu sprechen. Hier und da hinten. Genau. Das Mikro. Dann würde ich du ganz vorne in die Frau. Dann du da hinten und du. Und dann gehen wir zur zweiten Runde dieser Seite der erhobenen Hände. Vielen Dank für diese interessante Diskussion. Und ich würde gerne meine Frage stellen. Vielen Dank. Ja, von mir vielen Dank. Wir haben von der militaristischen Struktur von Golden Dawn gehört, aber auch von Zach Davis, wie auch immer, den man vielleicht eher so in diese Kategorie Lone Wolves packen würde. Meine Frage ist, gibt es sowas wie ein Lone Wolf? Also, ja, das ist die Frage. Hast du eine Vorliebe, wer diese Frage beantworten soll auf dem Podium? Okay, Matthew schüttelt den Kopf. Ich weiß, dass Terry auch kurz was dazu sagen kann. Dann machen wir Matthew und Terry dazu. Was mich interessieren würde, da ja die Fragestellung heute war international, ob es denn auch internationale Netzwerke gibt, die aktuell sind im Rechtsterrorismus. Und die Frage ist an alle gerichtet, wer es sagen möchte oder kann etwas dazu. We have hate crime laws in all 50 states. They require that law enforcement define them as hate crime laws or hate crime incidents. Und so, if law enforcement does not call it a hate crime, it won't be a hate crime. When it is called a hate crime, it does require that there is a bigger penalty, and so it is, in theory, supposed to be a deterrent. What we find happening is because law enforcement has to determine whether it's a hate crime or not, frequently, non-white people are more likely to be charged with hate crimes than white people. So that's our first issue. And the very same communities that the hate crime laws are supposed to be protecting then get more criminalized in the process. At the same time, you've got vulnerable communities who won't come forth because they understand that that is the case. So that if I'm a Muslim, I may not want to come forth because the backlash against me for reporting the hate crime might also be part of the problem. So, and the one last thing I will say is that sometimes, because we have hate crime statutes, we don't always acknowledge the racism that's just the everyday. So we tend to look at hate crime and the people who will perpetrate hate crimes as the only kind of racists we'll deal with. Like, those people are racist, but anybody who's not violent or doesn't commit a hate crime is not a racist. And so, it's a weird thing. And the other reality is, we have no universal tracking for hate violence. And so part of our challenge, the goal was to create a way of understanding how hate works and we're also not doing that. So, we have it, we may not use it. And when we use it, we may not be using it the right way. That was a very good question, I was hoping to avoid. So I could catch the penalties at the football. The case of Zach Davis, which I didn't go into, was of course that it was made clear he was part of a neo-Nazi group we can't mention, for legal reasons. And he was part of their white jihad, he grew a beard and all these kind of things. And he'd been all over the internet and the police had visited him. Hence, they were so surprised when he went to the supermarket with a machete and a hammer. He was not a lone wolf. The question about lone wolves has become, I think, incredibly more interesting and vexed or difficult. because we have individuals in all countries who just wake up one day and go and do something absolutely horrific. And then we have the mitigating factors. Was there something terrible that happened? Was it a reaction? Society, we often now in society, in terms of all people who perpetrate crimes, try and find a reason so we can reason why did you do this and then hopefully we can work on it. In terms of, like, Nazi terrorism or acts that we consider terrorism, if you look at the case of most acts of terrorism in the far right, which people say we can't tie them to an individual group, if you're clever enough or you have the time, you can eventually find that at some stage in their life they read something that was quite horrific. It could be a mainstream newspaper or it could be Nazi material. And in 2017, social media in Britain, you just have to turn it on, such as the strength of hate messages on social media in the UK, like the most popular political party on Facebook in Britain is also potentially the smallest, but they also have more likes than anybody else because they can just continually churn out messages that people are attracted to and then you follow them or they fall into this continual trap. If my mother once more puts up a thing that says, I really, really love starving dogs and want to help them, and at the bottom, but the Jews must stop doing it, I say, Mum, you must really understand what these messages are telling you. No, 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 it's a starving dog. Oh, the bit at the bottom about Jews. We have a large section in Britain in particular who are not social media savvy. Hence, the only evidence I can find of someone that you potentially could say was a lone wolf is only because we can't find a trace of him on social media. We can find everyone on social media. Even my sister's unborn child already has a Facebook page and things like that. Thomas Mayer, who murdered Joe Cox, the British MP, acted out, and I think it may become the foreleader or the warning, he acted out some very, very current cultural issues of the far-right have. She was a woman, she was intelligent, she stood up for women's rights, she was friends of the Muslim community, she was a socialist, she cared about all the things that Nazis hate. And the person who murdered her shouted and uttered all of the coherent and, we understand, hate language, Britain first, freedom for Britain, death to traitors. and when everybody from the police, the investigators looked, there was no trace of this person at all. He'd left no stamp in his entire life, except for two letters he'd written, 15 years, 20 years before, one meeting he may have gone to, but no one who was there who remembers him. He had sent one text message in 15 years, one text message, two more than my mother. He had left no trail, social, cultural, economic at all, whatsoever, and yet we know he had at some stage connections with Nazis. I think the idea that the lone wolf, I think we have to change our thinking about it, because it is almost impossible in modern society not to come into contact with the messages and the ideas, and particularly with social media, I don't understand, I don't know about Germany, but in Britain, the first thing you do when you wake up is you go to the toilet, and while on the toilet, you tell people you're having breakfast. We are social... Obviously, I don't do that. But, I mean, we have to tell each other exactly what we're doing. I'm breathing, I'm walking. So we will have to take into account very, very seriously, I think, exactly how we will redefine a lone wolf. But the case of the murder of Joe Cox, one text message in 15 years, two letters 20 years before, no one knew him, no trace, he potentially is a lone wolf. But, of course, as I said before, we're in an age of recreational violence, we're in an age where language and hatred and racism itself is not... And I'm very, very clear on this, particularly in the case of Britain, racism, Islamophobia, homophobia are no longer the domain of the extreme far right. That is the currency by which we have to navigate ourselves and identifying lone wolves based on what is accessible is very, very difficult. So, similarly, if you take someone like a Dylan Roof, who at 21 walked into a black church and assassinated nine people, he doesn't fit the definition of the lone wolf that we've been using up until now because he also was not radicalized in person. He was self-radicalized and radicalized online. And so what we used to say is you had to be around people, you had to meet with them, you had to hang out with them, there had to be some personal contact. He didn't have any of that. He found himself isolated, went online, literally googled black-on-white crime, found a racist website, and fell into the rabbit hole, and two and a half later, two and a half years later, decided that the thing he needed to do was to assassinate these people. He had a 2,400-word racial manifesto, he had his own website, thelastrodesian.com, that tracked all of the things he did building up to that. And his case stunned a lot of the people who pay attention to this far-right stuff because he doesn't fit the mold. And yet, everything about him is far-right. Everything about him is deep, deep racism, as if he was radicalized in exactly the same way that his predecessors were. And he is very clear that his connections to the Klan, his connections to this, are real and profound. And so, he was driven to do this, and he, to this day, has never denied it, has never felt any remorse, has consistently said this is what he had to do because he had to step up to the plate and make sure that his bravery took a movement that technically most of us would say he wasn't a part of to the next level. So you can, in fact, clearly be part of a much larger movement and act independently of that movement. And so I can't agree with Matt Moore that we've got to have a different kind of conversation of what a lone wolf is or is not. Thank you very much. and I can maybe later what to say about it. Also, after the conversation. So, internationale networks, for example, Golden Dawn, yes, they have connections with German Nazis, with the third way. We know about connections with National Action from England. the question, the question, the question, the two last days here, was, if these international networks actually strategic zweck have or if they are only so contacts in . this is a Nazi march end January, there come very international guests and probably have they also other treffen with our Nazis and they do not this march together but probably they meet them. And a last comment. Golden Dawn is now bewundert by Nazis in the country, because they have the way to the parliament achieved. They are exporters of Nazi ideology or practices. At the time you have other Nazi groups or they have more and practices imported. And now are not sure if these international networks are really good because after you are in parliament they want to even in the public their Nazi character rather cover but through these contacts with foreign Nazis it clear that they are themselves Nazis to say. so okay we're very very quick I'm either very very proud or very embarrassed that the British have the most degenerate lump and stupid and idiotic far right in Europe hence that our numbers were greatly increased when Polish Nazis came to Britain and helped organize us and then we voted to expel them from our country there are international networks I will also say that we gave the world football beer and blood and honour and C18 you have all done it much better than us the far right in Britain is incapable of holding these links they try they cannot compete they are small and as I said they are so degenerate that often they are very minor players on the touch line and that's my expertise on that I'm afraid Das ist eine erfreuliche Aussicht It's a bright sight for the future Jetzt bröckelt es doch schon Ich würde noch zwei Fragen nehmen die hier waren und dann in eine Schlussrunde gehen und dann euch tatsächlich Gelegenheit geben individuell mit den einzelnen Referentinnen auf dem Podium nochmal zu sprechen Ich hatte eine Frage an Alexander und zwar wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die russischen Neonazis hinaus Ich habe gelesen dass russische Neonazis auf beiden Seiten dieses Konfliktes kämpfen Ich habe eine Frage über Antisemitismus Ich habe Sie sagen, dass viele Menschen, die jetzt Anti-Muslim-Racisten sind die gleichen Menschen, die vorher noch mehr und mehr auf die Anti-Semitismus-Track waren. Ich war gefragt, ob das Schiff, also Anti-Semitismus-Targeting-Jewish-People-Jewish-Communities ist auch auf der Reise. Du von England von England talked über das, aber über Greece und Russia und den USA. Das ist wie nochmal eine extra Veranstaltung. Aber vielleicht nimmt ja jemand den Ball auf. Also ich würde versuchen, das einer von den vier Gästen als Frage zu geben. Die zweite Frage. Okay. So, Alexander. Die Revolución in der Ukraine, dann die Krieg in Donbass. Aber das hat natürlich sehr beeinflusst auf die ganze politische Geschichte der Russen und auch auf die Neonazisten. Ja, natürlich. Die revolutionären Umwälzungen in der Ukraine und dann der Konfliktkrieg in Donbass haben selbstverständlich einen enormen Einfluss auf die Stimmungen in der russischen Gesellschaft insgesamt über alle politischen Prozesse in Russland. Und die haben auch die Entwicklung der rechtsextremen Szene sehr stark beeinflusst. Ja, in der erste Frage, die ganze Situation mit Donbass war absolut nicht für Krim, mit Donbass, nicht für jemanden. Das war für alle gesagtungen. Die gesellschaftlichen, auch politischen Akteuren in Russland eine komplette Überraschung. Gut, das Regime war sicherlich weniger überrascht und das, was auf der Oberfläche sichtbar wurde, die enorme Unterstützung für die patriotische Politik des Regimes und so weiter, das ist klar. Aber die unabhängigen Bewegungen und die rechtsextreme Bewegung war bis zu dem Zeitpunkt auch einigermaßen unabhängig. Die war auch überrascht. Also das hat auch die Rechten unvorbereitet erwischt, diese Entwicklung. Und die wussten von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren. Und in dieser Zeit des Schocks, des unerwarteten Schocks, hat sich die Bewegung tatsächlich gespalten. Ein Teil hat sich entschieden, mit Waffen in der Hand für die Separatisten zu kämpfen und sind dahin gegangen und ein anderer Teil für die andere Seite. Es klingt paradox, aber einerseits haben sie tatsächlich eine Zeit lang, in der Zeit der aktiven Kampfhandlungen in Donbass, haben sie gegeneinander geschossen, also haben gegeneinander gekämpft und andererseits haben sie auch irgendwie den Kontakt miteinander nicht aufgegeben, sondern haben ein Level der Kommunikation aufrechterhalten, die beiden Teile dieser Bewegung. Und in der Zeitpunkt war es ein solch выбор, dass jemand da kam, es war einfach spontane Entscheidungen für sie. Das waren spontane Entscheidungen, das war völlig zufällig, wer auf welche Seite jetzt geraten ist in diesem Konflikt. Natürlich, die ganze Situation in der Ukraine hat nicht nur die Öffentlichkeit aufgeregt für Aufregung gesorgt, sondern auch für Aufregung bei den Geheimdiensten gesorgt. Hier ein Beispiel. Zum Beispiel im Jahr 2014 gab es dann ein Schlüsselevent der ganzen rechtsextremen Szene in Russland, das ist der sogenannte Russische Marsch am 4. Februar. Und in diesem Jahr, 2014, die Geheimdienste haben die Rechten dazu aufgerufen, sich zurückzuhalten und nicht zu diesem Marsch zu erscheinen. Und da gab es tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen den Rechten und den Geheimdiensten. Die Geheimdienste haben versucht, das zu verhindern, aber die Rechten haben tatsächlich ihren Aufmarsch durchgeführt. Und es gab Repressalien gegen sie. Und das war natürlich nicht mit dem konkreten Vorfall dieses Aufmarsches, sondern mit der Situation in der Ukraine. Und im ganzen Land, im Russland, gab es eine massive Bemühung seitens der Geheimdienste, die Rechte-Szene zu infiltrieren, Informationen zu bekommen, wohin wollen die Rechten, was machen sie. Also die Geheimdienste haben sich sehr stark da eingemischt. Es kam eine große Migrationswelle von extrem rechten Menschen aus Russland. Im größten Teil sind sie in die Ukraine gegangen und haben paradoxerweise dort die Extremnationalisten in der Ukraine auch unterstützt. Danke, Alexander. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns hier gar nicht so vorstellen können. Und es ist wirklich sehr hilfreich, dass du es auch so präzise beschreibst. An alle vier von euch die Frage, wie präsent ist Antisemitismus. Und Harry, an dich insbesondere ja die Frage, du sprachst davon, dass ein Teil der Organisierten, der jetzt als Anti-Islam und muslimfeindliche Gruppen identifiziert waren, Gruppen zuvor vor allen Dingen durch einen gewalttätigen oder sehr krassen Antisemitismus bekannt geworden ist, ist es aber auch so, dass der Antisemitismus zusammen mit der rassistischen und der antimuslimischen Gewalt weiter am steigen ist? Die Antwort ist, ja. So Antisemitismus ist, in fact, auf der rassistisch, ich denke, both in terms of active und explicit Antisemitismus, aber auch Antisemitismus als ein Proxy. So, since neo-Nazis und pure Nazis, als sie war, used so much Antisemitismus, das ist also part of the reason es so strong in den Dialog. I also think that prior to the last couple of years, one of the reasons that so many people were able to find themselves in the anti-Muslim movement is that they couldn't talk about Antisemitism in the same way. We had sufficiently convinced people, that is not cool, you can't do that, and so their answer was, if I can't do that, then I'll just flip it into something else. So what we're seeing is a combination of those two things, but, yes, good old-fashioned Antisemitism is on the rise. In fact, one of the things that we saw post-election was the defacement of Jewish cemeteries. Well, you know, there's waves of that, and it tends to happen, particularly where there are larger Jewish populations, but it was all over the country. And so, where's that coming from? And, as we know, SWAT-stickers are an easy way to send a message about where you land on the continuum of who's supposed to be here and who's not. Antisemitism, of course, belongs to the ideology of Golden Dawn, because it's pure Nazi. They speak very often about the international zionististic conspiracy, and so on. They have also the Rosa Luxemburg Stiftung verbal angegriffen as part of the international zionististic conspiracy and the Stiftung of the Jews in Robert Luxemburg, which is directly financed by Merkel and blah, blah, blah. They singen on concerts, which they organize together with German Nazis and Jews and so on. Also, Antisemitism is very present, but the Golden Dawn, they have a whole spectrum, that from Antisemitism to Antifeminism reigns, there is also racism, anti-links and blah, blah, blah. And from this spectrum are some of the current aspects some of the current aspects of the world or not. Also, now is Antisemitism not so current and is not on the rise, but with every opportunity they will be able to do this again. How important is Antisemitism as part of the neo-nazististic ideology, but also the laws? Well, in Russia, of course, yes. In Russia, it's hard to imagine without Antisemitism. It's hard to imagine Russia without Antisemitism. It's hard to imagine Russia without Antisemitism. But, of course, now Jews are much smaller, and it's all more mythological. In Russia, there were a lot of Jews, but now in Russia, in Russia, there are much more Jews, and it's all more not some specific attacks, but some kind of mythological. But, of course, it's just the number of Jews in Russia is not so high, as in the previous times, on the basis of the invasion. But, on the one hand, Samaravina, the religious and religious religious groups, they are wonderful. They are on the right hand with Vladimir Putin, and, in principle, they are quite well together with the authorities. In this way, if we... when we... So, if we... Hass against Jews has a somewhat mythic meaning, of course, the general members of the power of Putin with the Jewish organizations in Russia. But, on the other hand, there were a few scandals, when, for example, on the TV just came up to the fake news conspirological antisemitic movies about some of the game Es war ein Skandal? Ja, es war ein Skandal, weil auf dem FED-TV, aber, glaube ich, es ist nicht möglich, waren konspirologische, antisemitische Filme über den Wider-Evren-Zagoren. Das andererseits gelangen im russischen staatlichen Fernsehen auch Filme und in TV-Sendungen Materialien mit antisemitischen Inhalten und es ist sehr, sehr, sehr verbreitet sind auch alle Arten von Verschwörungstheorien, auch über jüdische Verschwörungen. Das wird im ganzen Land ausgestrahlt auf föderaler Ebene. Und ja, es gab auch konkrete Fälle, Überfälle auf jüdische Einrichtungen, auf Friedhöfen, auf Synagogen und auch jüdische Menschen wurden Opfer von rechtsextremer Gewalt. Aber auf der anderen Seite, natürlich, für sie eine größere Ziele sind die islamsischen Gemeinschaften, die безdämmige, die giehen, aber ich denke, die islamsischen mehr. Aber Hauptziele der rechten Gewalt sind in Russland trotzdem andere, da sind Muslime, Homosexuelle und andere. Also, Juden stehen nicht an erster Stelle. Und auf dieser Basis gab es sogar Fälle von Zusammenarbeit zwischen rechtsextremen und auf der Grundlage des Hasses gegen Muslime. Da gab es auch Fälle von Zusammenarbeit zwischen rechtsextremen und pro-israelischen, antimuslimischen, radikalen Gruppen. Was die Weltanschauung der extremen Rechten in Russland betrifft, ich glaube schon, dass sie direkt daran glauben, an eine jüdische Verschwörung. Und es gibt solche Gedankenkonstruktionen, dass als erster Schritt bekämpfen wir die Muslime. Und wenn wir stark genug sind und mehr Macht bekommen in der Gesellschaft, dann richten wir unsere Gewalt auch in Richtung Juden. Und bekämpfen wir dann die große jüdische Verschwörung in einem nächsten Schritt. Ich hatte in Vorbereitung auf das Panel alle vier Gäste gebeten, einen Satz dazu zu sagen, was sie denken, was wir in Zukunft besonders im Blick haben müssen, in der Analyse haben müssen, in unseren Gedanken haben müssen, wenn wir über Rechtsterrorismus sprechen, wenn wir uns die Zukunft anschauen. Und diesen Einsatz möchte ich doch noch zum Ende der Veranstaltung bei allen vier abfragen. Okay, ich habe meine Sentence. All right, you ready? Okay. There are more of us than there are of them. Ja, auch in diesem Sinn, auch wir haben die Lösungen, wir haben die Analyse, die Analysen, die haben so gut wie nichts. Und mit internationaler Solidarität können wir sie bekämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alexander? Ich bin britisch. I am leaving Europe very soon. I am taking with me your cheap beer and cigarettes. Dankeschön. Okay, ich mache tatsächlich Schluss mit einem Dank zu aller, allererst an unsere beiden wunderbaren Übersetzerinnen Anja und Miriam. Wirklich herzlichen Dank und an Ivo, der noch nicht mal eine Vorbereitung hatte. Dann möchte ich mich bei dem wirklich genauso wunderbaren Südblock- und Aquarium-Team bedanken. Best Location, best Catering, best Food ever. Und zuletzt geht der Dank nochmal an die Referenten, an die Security und an euch alle, dass ihr dieses Thema nicht loslasst, dass ihr weiterhin die Aufklärung aller offenen Fragen im NSU-Komplex verlangt. Und dass wir Themen, die wirklich wichtig sind, wie beispielsweise die antifeministische internationale Rechte als Netzwerk demnächst vielleicht wieder mit einer internationalen Perspektive hier diskutieren können. Schönen Abend euch. Vielen Dank.